So, und da bin ich auch wieder zurück. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Storken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch. Ja, sorry, der kurze Break. Ich musste kurz gucken, ob die Aufnahme ordentlich läuft, weil das sah gerade alles ein bisschen ganz komisch aus. Aber es läuft alles noch. Weil ich habe keinen Bock, wenn das, ja, schief geht. Oh, fuck. Haben die jetzt wirklich öfters hier vorbei und sagen Hallo oder... Oh, kommt da der durch? Oh, scheiße, da kommt der durch. Okay, au, fuck. Oh, ich wollte gerade sagen, macht der One-Shot oder was? Ja, doch nicht. Ähm, ähm, ja, gut. Shit. Jawohl. Sehr schön. Okay, gut, dass man ungefähr weiß, wie man gegen die vorgehen muss. Ähm, wir haben noch fünf Rohrbomben. Ich dachte, wir hätten keine mehr. Na gut. Es ist schön, dass wir doch noch welche haben. Okay, also machen die jetzt auch Jagd nach uns. Wir haben ja gesehen, das sind nicht gerade wenige, die uns da jagen. Ähm, zum Beispiel... Zum Beispiel... Ähm, wo sind die Rohrbomben? Sehr gut. Es ist halt auch interessant, wie die zu schützen. Hm? Shit. Oh, fuck. Wow, wie so ein Nusser Sack. Einfach umkippen. Das gefällt mir, ja. Autsch. Okay, ich vermute, ich hätte ihn damit grillen können. Oder zumindest schwächen können. Oder zumindest schwächen können. Stunnen. Dass er quasi erst geschockt ist und ich dann in Ruhe auf ihn einschießen kann. Ah. Ah. Okay. Gut, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Ich glaube nicht, dass jetzt noch einer kommt, ne? Obwohl das verdammt so aussieht, als ob. Okay, drei Knöpfe... Oh. 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 Mach uns den Nasensack. Na komm. Schild weiter. Nein. Oh. Oh. Genau so. Sehr schön. Dein Nasensack. Wunderbar. Oh. Oh, verdammt. Wir kriegen Granaten. Ich will die aber nicht verwenden. Scharfschützenmonitionen. Die will ich verwenden. Die ist gut. Die ist schon ziemlich effektiv. Gegen die ganze Sache hier. Und es hat funktioniert. Wie gesagt, ne? Durch den Elektroschock einfach mal stunnen. Das war da jetzt nur einer, oder? Ähm. Nun. Das ist ja... Ja, okay. Gut. Ich sag dazu mal nix. Oh, vier Knöpfe? Oh. 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 Okay. Hm. Hm. Oh Gott. Sind sogar noch die anderen Chaoten dort, oder was? Äh. Da würde ich sagen, wir machen den hier. Just for fun. Oh. 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 Ouch. Nein. und er ist erwacht und wo auch es nie wo ist er und Wo zum Teufel ist der Typ? Du kannst mir doch nicht sagen, dass diese Geräusche kommen und hier nirgends wo jemand ist. Aber ich höre Schritte. Wo ist er denn? Was? Nein, nein, nein. Kein Doppelpack! Kein Doppelpack! Du willst doch mich verarschen. No, komm, Junge! Du willst mich wieder messen? Oh voll! Bei einem Kommen. Sorry, ich spiele halt gerne auf diese Art und Weise. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann spreng ich gerne alles weg. Aber wie gesagt, Granaten will ich noch aufheben. Sehr gut. Die guten Waffen will ich dann erst später verwenden. Wir haben Strom, das ist gut. Wir müssen da lang, aber ich will noch nicht da lang, denn ich stehe nochmal zurück. Und ich hoffe, es passiert jetzt nichts dummes. Okay, sehr gut, sehr, sehr gut. So, ähm, speichern. Auf jeden Fall speichern erstmal, safe. So, Kollege. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ist auch Sinn, ne? Hier, zack. 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 Ähm. Okay, weg damit. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Du sagst es. Gib mal her. Scheiß drauf. Ich weiß, kostet mehr als überhaupt alles Mögliche ist. Ja, komm. Okay, keine Kohle mehr. Schade, schade. Upgrades gehen auch nicht mehr. Das sind wir auch schon komplett im Eimer. Ja, gut. Sie ist als Investition, Ethan. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch mal kurz speichern. Und weiter geht's. Denn wir haben ja noch, erstmal kurz nachladen. Gut. Denn wir haben ja jetzt noch eine Tür, beziehungsweise mehrere Türen, die wir öffnen können, nachdem wir den Strom wieder aktiviert haben. Ja, bevor ich weitergehe zu dem Raum, will ich erstmal, so, hier haben wir vorbeigeschaut. Genau. Hier unten wird bestimmt gleich einer auf mich warten und sagen Hallo. Wenn hier theoretisch keiner sein dürfte. Eh, warte mal. Moment, hab ich alles schon erledigt? Gießerei. Hier gibt es noch was. In der Gießerei gibt es noch was. Aber was denn? Nee. Ja, gut. Das war das. Kann ich den nochmal verwenden? Ah, Loot gibt's hier zumindest keinen. Uns hab ich keinen gesehen. Genau. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Hm. Okay. Ich ärgere mich immer noch, dass ich die, äh, die Kugel nicht weggebracht hab, dahin wo sie hingehört. Ich hab bestimmt in der letzten Folge dran gedacht, aber, naja, ihr habt es ja selbst mitbekommen. Lauf ich richtig? Ja, ich lauf richtig. So, okay. Dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Hallo, klopf, klopf. Ja, wow. Sehr schön. Shit. Ähm. Okay. Ist das nur einer? Sag mir, dass das nur einer ist. So, ich mach's einfach mal. Warum was? Nein. Okay, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Die Geräusche, die machen wahnsinnig. Die denkt halt immer wieder, als kommt irgendwie. Wow. Du wieder? Scheiße. Fuck. Propeller, Mann. Ähm. Ähm. Nun. Okay. Los, 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 Ethan. Ethan. Los, Junge. Lauf. Gib Gummi. Gib Schummi. Passt das? Kommt der durch? Warte, ich will looten. 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 Lass mir Zeit zum looten. Ähm, war da hier noch was looten? Nein? Gut. Tschüss. Oh. Okay. Oh Gott. Das ist eine gute Idee, warum? E3-Produktion, okay. Ach. Da sind wir ja wieder. Mensch. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Mhm. Moment, einiges Neues? Suchst du nach etwas Bestimmtem? Einiges Neues? Was genau? Munition, dann das. Ne, ist doch alles wie beim Alten, ne? Tschüssi. Schönen Tag. Achso, ich hätte was verkaufen können, ne? Naja, egal. Kein andermal. Hier werden das auch... Es gibt doch einiges vor mir. Mhm. Das stimmt allerdings. Aber ich glaube kaum, dass sehr gut hier könnt ihr jetzt wieder so entschuldigen. Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Es stimmt halt, ne? Es geht halt nur um unsere Familie. Wenn er Probleme mit dir hat, dann soll er das selber regeln, aber nicht mit uns hier in die Scheiße mit reinreißen. Ähm. Hallo, geht's dir gut? Die sind am Arbeiten. Die sind am Arbeiten, okay. Die sind am Arbeiten, okay. Und ich stepp, komm rein und knall sie alle ab. Aber im Endeffekt, wenn ich den quasi dieses komische Kopfding da zerschießen würde, würden sie uns... würden sie mich auch angreifen. Ich nehme halt mal an, dass das so ein Kontrollmodul ist. Ne? Hallo. Ja, ich weiß, da ist noch einer. Zwei, drei, vier... Ne, drei. Okay. Okay. Abelkill. Fällt mir. Sehr, sehr gut. Okay, was haben wir hier schönes? So. Was war das? Rohrbombe. Okay, man darf maximal fünf Rohrbomben stacken. Danach wird das automatisch zurückgesetzt. Großer Kristall. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, gut. Wie gesagt, wir gucken uns das später nochmal an in Ruhe. Als wir zurückkehren können. Ja, danke für die Rohrbombe. Jetzt geht's auch mal los hier. Ein Schatz wurde geborgen. Sehr, sehr guter Schatz. Okay. Okay. Ach, du Scheiße, Alter. Wirst du mir jetzt aufpassen, dass wir nicht von Metallstücken erschlagen werden, oder was? Oder... Ja, wie, wo? Oh... Röste? Okay. Aber mal auf, hier alles rumzuwerfen. Gibt's doch nicht. Oh, oh, oh... Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ähm... Das ist doch kein Normalt. Also bitte... Sie sind doch nicht bei... bei der Surge. Das will ich jetzt verarschen. Das ist doch kein Sox-Live. Oh, fuck. Noch zu einmal. Ohhhh... Ja, fuck me. Oh, Gott. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, ich bin mich gerade selber unterstützt. Ich brauche die Explosion und mache ich Selbstmode. Ja, das ist so gut. Das ist so schön. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ich brauche Heilung. Zumindest eine Heilung. Muss sein. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ich brauche dich doch mal an. Das ist so schwierig. Ah, ist das Waddle? Oh wow. Was ist das? ich weiß gerade nicht wo ich lang bin ich weiß nur eins ich brauche heilung und tschüss keine meni mehr warte 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 scheiße startchef getroffen warte mal ähm wow 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 toll danke ach scheiße okay das war jetzt aber wirklich glück im unglück ne ich habe mich schon sterben sehen das war das wichtigste dass ich das noch mitnehmen kann im moment gab es ja noch was mal kurz gucken gab es nichts mehr okay ich habe mich wirklich schon ja aber wir denken wir haben halt keine munition mehr wir sind komplett im ass so so jetzt nicht noch einer aber dass sie jetzt wirklich schon so heftig aussehen ähm ich muss es irgendwie anhalten okay das geht nicht ähm so wie soll man das denn jetzt hier äh ach okay so wie soll man das nicht er erforderlich können dass man hier einfach auf die roten dinger schießen muss so geht es natürlich auch gut und was passiert aus dann soll okay ich möchte das denn kurzum so stillstand sehr sehr gut Jetzt würde ich es am liebsten wieder anmachen, weil ich nicht weiß, was kommt. Wenn jetzt nämlich jemand kommt, dann könnte er ganz schnell geschnitzelt werden. Vielleicht kommt ja unser Freund, der Hellermann. Okay. Modellverbesserung, Modellsoldatjet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten, Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Soldatpanzer habe eine Schutzhülle aus Aluminium-Logierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und frei fliegende Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge, Weiterentwicklung nötig. Und das Bild, wie sieht das aus? Okay, das ist der Raketentyp. Das ist... Oh Gott. Härteren Sachen, härtere Sachen. Wie gesagt, ich will nicht unbedingt Explosivgeschoss... Ja. So. Oh Mann, oh Mann. Ach, das ist bestimmt jetzt der Propeller-Typ gemeint, ne? Ach, das ist bestimmt jetzt der Propeller-Typ gemeint, ne? Aber wenn es vom Bild her nicht so aussah... ... ...